Sieht ein bisschen lärzt, wie sie sich bei lebenden Leuten benimmt. Aber Bildung darf doch nicht einseitig sein, Harry. Das eine führt... Arbeitet an ihr, nicht an mir. Kostet nichts extra. Das ist der Sheriff. Amy! Ja, hallo, hören Sie? Da draußen sind fünf bewaffnete Männer. David! Wie findest du's? Es ist umwerfend. Der Ort verströmt Geschichte. Hab dich nicht so. Jeder vertraut ja jedem. Keiner stieß die Tür ab. Ich bin froh, dass wir hier sind. Fried Pickles. Fried Pickles? Mr. Sumner, Charlie. Sie wollten von mir einen Kostenvoranschlag wegen der Reparatur Ihrer Scheune. Ah, ja, ich erinnere mich. Könnten Sie morgen anfangen? Ich finde, dass es noch sehr früh ist. So machen wir das hier, Sir. Sie werden sich dran gewinnen. Alles klar. Danke, meine Herren. So ein Scheiß bringt nur Ärger, Mann. Wenn das Ärger bringt, dann will ich ganz viel Ärger haben. Diese Stuhlhunde haben mir draußen gerade den Körper abgeleckt. Ich kann nicht einfach hingehen und Sie beschuldigen, okay? Friedkin. Ich werde Sie morgen feuern. Und das war's dann. Wie viel werden die für das Dach abdrücken? Wir werden unseren Lohn schon bekommen. Charlie, es gibt in der Bibel einen Spruch, der mir bekannt ist. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes. Aber was, wenn deines nächsten Weibes dich begehrt? Die kommen bestimmt nicht raus. Also müssen wir da rein. Wenn Sie es schaffen, hier reinzukommen, sind wir tot. Wir werden nicht zulassen, dass Sie das Gesetz in Ihre eigene Hand nehmen. Noch ein, bitte noch ein, bitte. Sorry, ich bin bei der Verstehung! Ich bin bei der Verstehung! Ich bin bei der Verstehung! Vielen Dank.